Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner vierten Folge von Among Us. Leute, das ist immer noch eine meiner ersten Runden, deshalb habt bitte ein bisschen Nachsicht. Ich hab mir auch schon eine kleine Liste gemacht mit Sachen, die ich beim nächsten Mal in einer dicken Aufnahmesession auf jeden Fall besser machen werde, Map benutzen, auf jeden Fall Tasks machen, wenn ich down bin und so weiter. Leute, wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst auf jeden Fall ein Like da und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ah, cool, mate. Oh, nee, was ist das denn jetzt hier? Warum bin ich denn jetzt auf so einem Raumsch... äh, auf so einem Flugzeug? Das hat mir jetzt hier aber niemand gesagt. Hallo, Fufu. Was ist das denn jetzt, wenn du mich umbringst? Oh Gott, da ist noch der andere. Mann, jetzt kenn ich mich hier überhaupt nicht mehr aus. Doch, hier, ein Staubsauger. Was ist das denn jetzt? Was? Ich hab irgendwas gemacht. Alles gut. Warte mal, kann ich nicht hier rein? Das hab ich gesehen. Nee, kann ich nicht. Warum kann ich denn nicht da durch den Vendylator-Schacht? Oh, da war Mordado. Oh Gott, jetzt ist hier aber eine ganz große Trubbe. So, lass mich mal hier... Warte, ich mach jetzt hier. Hier hin, hier, hier, hier. Ja, sehr gut. Was muss ich hier? Bisschen gießen. Ja, ja, alle gegossen hier. Oh, guck dir das an, Alter. Wir rocken hier durch die Tasks durch. Jetzt müssen wir nochmal den Reaktor... Oh, nein, nein, tu's nicht. Nein. Ihr bringt mich jetzt nicht um. Ich mach jetzt hier Aufgaben. Hallo. Warum kann ich nicht... Use. Äh, Upload. Also, Leute, wenn ich dieses komische Ding da links richtig gelesen habe, dieses, mit dem Wer wo durchgegangen ist... Ja. Dann hat Mordado, glaube ich, nach unten rechts gewendet. Mordado ist tot. Mordado ist tot. Ich hab's nicht für den dreien, ne? Also, Leute, wartet, 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 ganz kurz. Wartet. Wartet, warum seid ihr froh? Ja, wir haben sich bei Madbake gecreate. Man sieht das sogar. Mordado hat vergessen, die Tasks, die Würfel-Tasks aus. Ja, ne, aber der letzte, der sich draufgestellt hat, kann's ja faken. Nein, nein, die Würfel-Tasks. Ne, man sieht das. Man sieht das. Ach so, man sieht das. Ja, ich hab die beobachtet dabei. Ich sag, Zombe ist es. Ja, das ist verlooten, ne? Ich bin's! Was? Leute, nicht, du macht nicht, bitte nicht, jetzt schon wieder. Nein, hört auf mit dem Kram. Ich bin's nicht. Ihr könnt mich nicht zum zweiten Mal sinnlos hinrichten. Ich hab gesagt, ich wort für Maxi wegen dem Uwu. Okay, hast recht. Ich wort für Maxi wegen dem Uwu, ja. Hä? Ich wort für Maxi. Na, jetzt ehrlich? Wartet ihr mich wegen dem Uwu unnahm? Ich muss leider sagen, also, Zombe hat mich das eine Mal zwar nicht umgebracht, aber ich erkenne eine Stimmfarbe, die mir nicht gefällt. Wir kriegen jetzt keinen raus geworden. Ich glaube, wir kriegen keinen raus, ja. Alter, das ist wirklich toxiker jetzt gerade von euch. Wegen Uwu. Also, ne, ich mach gleich wieder aus. Zombe und Maxi sind's halt eigentlich, ne? Ach, jetzt sind noch Zombe... Oh Gott, jetzt bin ich aber an einem großen Sandwich. Okay. Ich bin weg. Oh Gott, oh Gott. Was ist das denn jetzt hier? Reaktor Meltdown? Ja, jetzt werden wir alle draufgehen, oder was? Weil der Reaktor in die Luft fliegt, oder was? Oh, ne, da ist Osa. Oh, ne, und das... Ne, Cracker kann ich vertrauen. Winter Cracker ist safe. Der ist ein Brudi. Ach, Mann. Jawoll. Du seid immer bei der Leiche weggerannt. Let's go. Ich hab's doch gesagt. Ich hab gesagt, dass Zombe seine Stimmfarbe da drauf fährt. Ja, wir haben ja auch auf Zombe und Maxi gevotet, aber genau 50-50. Ja, weil wir dumm sind. Wenn ich auf Maxi gevotet hab... Habt ihr meinen Leiche am Tisch nicht gesehen? Nein. Bei mir lag meine Leiche beim Tisch, weil ich wieder genau in den Frame umgebracht wurde. Hey, Leute, guck mal. Ich hab hier... Also, das möchte ich mal kurz sagen. Ich hab an der Stimmfarbe erkannt, dass Zombe so ein Verrückter ist. War Papa noch niemals Imposter? Ne, noch nicht. Das findest du wieder lustig, ne? Ja. Mann. Ja, ich war noch nie in meinem Leben Imposter. Dass ich hier deswegen gemobbt werde. Ne, das ist jetzt meiner hier. Ihr beiden seid das jetzt. So. Wie sie da alle rumstehen. Ne, ich bin der Einzige, der jetzt hier gescannt wird. Wieso gibt's jetzt hier schon direkt einen Reaktor Meltdown? So. Task completed. Ihr habt's alle gesehen. Mir doch egal, ob wir jetzt hier alle drauf gehen. Ich werd den Reaktor sicherlich nicht retten. Ich mach hier meine Aufgaben. Dafür wurde ich bezahlt. Ah, da kenn ich mir doch schon aus. Ne, hier weiß ich nicht, was ich gemacht hab. Die Gießkanne. Ach so, Watering Can. Hä? Ach so, ich muss erst mal das Ding holen. Und dann da oben. Ah. Jetzt. Ich, ich wollte nochmal draufdrücken. Ach so. Okay. Ja. Ich dachte, da ist vielleicht jemand gestorben in der Zeit, wo das Licht ausgegangen ist. Nee. Also, ich kann nur vorweg sagen, Paluten, Wintercracker und Reef sind safe. Ja, ich, ich wurde gescannt. Ja, dann bleiben wir zum Beispiel. Okay. Leute. Ja. Das Ding ist, das Licht ging genau aus, als Maudade mit mir oben alleine im Reaktorraum war. Okay. Maudade hätte ich echt lange umbringen können, aber es könnte auch einfach gewesen sein. Genau in dem Moment kam halt Wintercracker und Fufu rein. Oder es sind Osaft und Maudade. Also, ich könnte, ich vermute Maudade ist es. Maudade redet auch schon wieder so viel. Das macht er immer, wenn er im Postal ist. Ich hab nichts gesagt. Ja, komm. Bringt ihn um. Ich hab Osaft gebogen. Ich hab direkt von dir weggelenkt. Auf alle anderen. Ich hab Osaft schon längst umgebracht. Im Postal und oben. Ja, Osaft und Maudade sind's, Leute. Nein. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Paluten ist sicher, oder? Paluten ist nicht. Nein. Lass doch skippen. Lass doch skippen, Leute. Ich hab jetzt gewartet. Oh mein Gott. Wartet Osaft danach raus. Dann ist Osaft, wenn ihr alles sicher ist. Oh, okay. Ich bin gar nicht draußen. Oh Gott sei Dank. Oh mein Gott. Das hier niemand, das hier niemand umgebracht wurde. Kann jemand, wer auch immer Impostal ist. Bring bitte Osaft um. So. Oh, ne, 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 ne. Ich versteck mich jetzt hier. Ich versteck mich hier. Ihr könnt mich nicht sehen. So, wir fliegen jetzt einfach mal hier. Einmal ein bisschen hin. Mann, warum will denn hier die ganze Zeit dieser blöde Reaktor in die Luft fliegen? Ich muss noch mehr Pflanzen gießen, oder was? Jetzt werd ich abgeschlachtet. Ich sag's euch. Ich hab doch, ich hab euch doch gerade schon gegossen. Nochmal. Was sind das denn für Pflanzen? Nein. Nein. Er will mich umbringen. Auf jeden Fall. Er hat bloß geschaltet wie ein Rentner. Scheiße. Scheiße. Hier bin ich am Arsch. Ich bleib hier. Woanders werd ich einfach nur umgebracht. Dementsprechend. Ich geh jetzt hier einfach hin. Ich warte. Ich bin doch scheißegal. Mini Palumpen. Wir machen uns eine gute Zeit. Komm. Einer für dich. Einer für mich. Danke. Mann. Nein. 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 Bitte Zombie. Nicht. Nicht. Tu mir das nicht an. Dankeschön. Okay. Okay. Also die Leiche von Osaf lag halt am Eingang zur Cafeteria. Mhm. Ja gut. Reef waren den Loks. Reef waren den Loks. Ich möchte einmal sagen, ich wurde sehr von Fufu verfolgt. Okay. Ich war gerade mit mir im Reaktor. Ja, also die Sache ist, die Sache ist, wir können im Nachhinein auch noch auf die Loks gucken. Leute. Dafür müssen wir, aber darf niemand über die, dann muss einer rüber zu Loks laufen, die Loks auslesen und keiner darf über die Linien laufen. Das überschreiten die Linien alles andere. Also alle müssen in der Cafeteria waren, einer guckt rüber und einer schaut, wer zuletzt nach unten rechts gegangen ist. Ich möchte nur mal anmerken, Paluten, Reef und Maxi sind safe und ich und Fufu, wir sind noch zwei Impostor am Leben und es leben nur noch drei andere Leute. Also wer auch immer gerade Innoil weiß. Fufu war mit mir bei Reaktor. Sehr, sehr lange. Ja, also ich sag, Fufu ist es auf jeden Fall. Der ist mir so ein bisschen, der ist mir länger gelaufen. Warte, wer, wer, wer ist nicht? Ich war mit Paluten gerade ganz lange alleine und wir haben uns nicht unterbracht. Das stimmt. Ich war sehr verwirrt, Zombie. Ich hab ne Idee, Leute. Ich lauf rüber und schau die Loks an und rein. Guck, guck wer. Also ihr dürft aber nicht über die Linie laufen, sonst gehen die Loks. Ah, was, warum? Bring den doch einfach um. Ich hab, ich, ich hab dir nicht getan. Na doch, du hast mir viel getan. Herr Luke hat immer gute Energie, der spürt das. Ja. Ich glaub, Fufu und Zombie sind's. Wenn die wieder nicht alle auf mich hören, weil die wieder ihren, ihren komischen Kram da machen. Jetzt ist schon wieder so ein Meltdown. Oh, jetzt ist hier Maudado. Ne, Maudado ist es ja nicht. Ne, oh, da ist doch Fufu wieder. Wenn der jetzt hier um die Ecke kommt. Ich bleib hier einfach. Das ist der. Er und Maxify. Das die, aber der, mir glaubt in diesem Spiel ja auch niemand. Admin Primeshields Cafeteria Reactor. Ja, dann geh ich zum Reaktor, Alter, und mach so viel mit. Da geh ich jetzt hin. So, moin Leute. So. Ne, da war doch ne Maxify drin. Ne, da geh ich sicherlich nicht rein. So, was jetzt? Was hast du gesehen, Maudado? Berichte. Ja. Du bist gemutet, Maudado. Oh, ich war in den Loks. Ja. Und hab geguckt, und die letzten, die unten rechts waren, außer OSAF, waren Cracker. Ja. Aber Cracker wurde ja anscheinend gescannt. Und zum, ey. Ach so. Ich hab grad den Reaktor, wollte ich deaktivieren. Das haben aber Maudado und Fufu gemacht. Und Wintercracker hatte Ultraschiss vor mir und ist weggerannt. Die Sache ist, man kann auch reinwenden, aber die letzten, die untergelaufen sind, sind Wintercracker und Zombie. Ich geh gerne an die Hand von jemandem. Ich kann, aber ich lass mich anketten. Zombie war einmal bei mir und hat mich nicht direkt umgebracht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ne Taktik ist, aber ich bin immer noch dafür, dass wir Fufu umbringen. Maudado, ich bleib einfach bei dir, okay? Wenn Maudado tot ist, dann wisst ihr. Ich mein, Kupa, wenn selbst Maxi sagt, dass Fufu verdächtig ist. Fufu war grad ehemals am Reaktor oben, wär nicht gekommen, hätten wir vielleicht mit Zeit verloren. Weg mit dem. Komm. Ah, das gibt weniger. Ah, Leute. Ihr macht mich mal gut. Ich bleib bei Maudado. Wenn ich tot bin, ist es zum Beispiel. Bitte merkt euch das. Ganz ehrlich, dass da, dass Fufu nicht hingerichtet wurde. Hier kann ich jetzt ne Aufgabe machen. Cafeteria. Was ist das jetzt? Das ist Pull and Hold. Pull and Hold. Ja, Task completed, aber sowas von. Oh nein, da ist er doch jetzt schon. Der läuft schon. Mann, warum hört in diesem Scheißspiel nie jemand auf mich? Ohne Witz, da raste ich aus, Leute. Da raste ich wirklich aus. Ich sag das 20.000 Mal. Und niemand vertraut auf meine Meinung. Alter. Ohne Witz. Und Maudado. Naja, dass Tom Bay es nicht ist. Tom Bay hatte nicht diese Farbe. Diese Stimmenfarbe, die er sonst hat. Mann! Leute, hört doch einfach mal auf mich! Ich hatte mich extra nicht umgebracht, damit du ein Alibi mir gibst und nicht, dass du mich... Zweimal! Ja, du bist mir ständig hinterher gelaufen wie so ein Kranker. Ja, komm Alibi, schmalibi, sag ich dazu. So Leute, hier sind jetzt noch meine anderen Among Us Folgen verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken, falls ihr die vielleicht verpasst habt. Aber ansonsten ist jetzt Schluss für heute, Leute. Lasst ein Like da, schaut unbedingt bei den anderen vorbei. Und dann sehen wir uns direkt morgen schon wieder zu einer neuen Folge. Haut rein! Ciao, ciao! Ciao, ciao!